Hallo, wir sind hier vor dem Tipi-Arm Kanzleramt und in wenigen Minuten beginnt hier die Jugendpressekonferenz zur 75-Jahre-Grundgesetzfeier. Wir nehmen euch mit rein. Let's go! Ich weiß gar nicht. Ich bin gar nicht viel Dank. Einmal da und dann... Meine Frage ist, wer schreibt eigentlich die Reden für die Bundesregierung und wird dafür auch schon KI genutzt? Also für den Bundeskanzler, der hat ein Team von Redenschreibern, der Chefredenschreiber ist der Christian Doktor und das sind eigentlich die, die den meisten Reden schreiben. Das sind vier, fünf Männer und Frauen, die das tun. Ob die ab und zu mal KI benutzen, das weiß ich nicht. Vielleicht tun sie das, aber sie haben es mir noch nicht erzählt. Dankeschön. Das war's auf jeden Fall von dieser Pressekonferenz. Mal sehen, ob wir noch weitere Politiker interviewen können. Bis dahin macht's gut. Das war's auf jeden Fall von der